Was geht ab Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Bitcoin und natürlich Ethereum Update Video. Ja, Bitcoin pumpt momentan bei 28.400 US-Dollar. Wir sind in der Spitze sogar noch ein bisschen weiter gestiegen bis auf 28.639 US-Dollar. Ja, nachdem wir hier anscheinend unser Fake-Out durch diesen Binance-FAT hatten, oder was heißt FAT, es ist ja immer noch Realität, dass hier eine Anklage läuft, ging es deutlich jetzt nach oben. Wir haben die Ineffizienzen rausgenommen, wir haben jegliche Supply-Zone erst einmal rausgenommen. Kriegen wir jetzt möglicherweise die 30.000 US-Dollar? Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Video anschauen. Und außerdem XRP to the Moon. Wir brechen hier einen Widerstand nach dem anderen, wo ich jetzt die nächsten Preisziele sehe. Auch das werden wir uns als nächstes anschauen. Doch bevor wir starten, lasst dem Video wie immer gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wer es noch nicht gemacht hat und gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe reinschauen. Ich habe hier schon einige Updates heute mal hier drin gelassen, werde ich dann jetzt auch noch ein bisschen was dazu erläutern. Gut, damit würde ich sagen, verlieren wir keine Zeit. Wie gesagt, Bitcoin momentan bei ungefähr 28.400 US-Dollar. Ihr seht hier, ich habe es gestern in die Telegram-Gruppe gepostet. Theoretisch war hier das Short-Ziel 28.200 US-Dollar mit einem Stop-Loss. Wurde gnadenlos hier, sage ich mal, rausgenommen. Ziel war eigentlich, um das jetzt mal hier ein bisschen genauer zu erklären, 1-Stunden-Timeframe. Ineffizienz hier. Huch, die hat sich ein bisschen verschoben. Hier war die Ineffizienz. Sind wir auch erst rejected worden, minimal. Das war es dann aber auch. Und dann komplett impulsiv nach oben hin durchgeballert. Hat jegliche Widerstände erst einmal rausgenommen. Übergeordnet befinden wir uns weiterhin in der Range, die wir schon die letzten Tage immer mal wieder angesprochen haben. Da können wir eigentlich diese blauen Berührungspunkte, wie ihr sie hier seht, erst einmal nehmen. Die Range hat sich gebildet zwischen, was haben wir hier, 26.600 US-Dollar bis ungefähr 28.800 US-Dollar. Das heißt, diese Range, in der wir momentan akkumulieren, wir haben einen Haufen Bearish Divergences rausgenommen. Wir haben den Eris ein bisschen Reset. Das Einzige, was uns jetzt noch fehlt, ist einfach dieses impulsive Breakout in die eine oder in die andere Richtung. Und momentan, so wie der Markt sich jetzt momentan ein bisschen aufstellt, wir sehen Gold ein bisschen dampen, die Indizes sind jetzt auch noch nicht wirklich so nach oben geballert, so minimal nur im Plus, gehe ich ehrlich gesagt davon aus, dass wir sogar noch die 30.000 US-Dollar sehen. Davor haben wir aber noch ein, zwei wichtige Level, vor allem die 29.300 US-Dollar-Marke, über die wir schon ein bisschen länger gesprochen haben. Hier oben zeige ich euch jetzt auch nochmal, wenn man hier raussummt. Da haben wir nämlich die nächste Ineffizienz hier oben liegen. Das wäre so der nächste Versuch, um hier einen Short reinzumachen. Ich würde aber momentan einfach komplett Abstand von irgendwelchen Shorts mehr nehmen. Der Markt ist einfach momentan in der jetzigen Phase zu bullish, obwohl wir noch gar nicht so viel neues Geld gedruckt haben oder keine wirklichen bullischen News reinkommen. Das kann jetzt hier wirklich die Entkopplung darstellen, aber man muss hier wirklich weiterhin vorsichtig sein. Und zwar nicht jetzt hier irgendwie in FOMO oder Sonstiges reinfallen. Dafür ist es meines Erachtens nach immer noch zu früh. Wir haben die 32.000 US-Dollar erstens noch nicht gesehen, zweitens haben wir die noch nicht nachhaltig rausgenommen. Und hier oben, das ist für mich der Ankerpunkt, nach dieser damaligen Konsolidierung ging es nochmal phänomenal nach unten. Sollten wir hier oben uns drüber stabilisieren, dann sehe ich das Potenzial für einen Bullrun. Vorher muss man hier ganz ehrlich immer noch sagen, Kurse bis 18.000 US-Dollar sind weiterhin im Bereich des möglichen. 62.000 kurzfristig, mittelfristig ist es aber hier immer noch gegeben. Deswegen passt auf mit FOMO. Ich würde jetzt auch hier ehrlich gesagt erstmal keine Long-Orders mehr reinsetzen. Ich orientiere mich ganz ehrlich langsam, aber sicher hier ein bisschen Short zwischen 29.200 und ich sage jetzt mal 32.000 US-Dollar. Wir blicken mal ganz kurz auf den Daily-Time-Film. Wie sieht es da aus? Auch hier seht ihr noch ganz schön die Ineffizienz, die hier oben eben bei den 29.200, 29.300 US-Dollar vonstatten geht. Und das ist eben so dieser erste Punkt, wo ich, wie gesagt, drüber nachdenke, hier einen Short reinzumachen. So, dann 1-Stunden-Time-Film. Wie sieht es hier aus? Wir haben noch kein höheres Hoch gebildet. Wir sind weiterhin hier auch sogar dieses Hoch hier bei den 28.573. Das gilt es jetzt erst einmal rauszunehmen, um zumindest mal dieses kurzfristige Hoch, was wir hier drüben eben gebildet haben, auch mal rauszunehmen. Wir haben bis jetzt nur einen Wig drüber gesehen. Nicht wirklich Bullish. Deswegen auch hier zu viel Euphorie ist einfach meines Erachtens nach noch nicht angebracht. Gleichzeitig haben wir nach unten hin noch so eine kleine, ich sage jetzt mal wieder ein Void nach unten hin gebildet. Wir schauen uns das mal nach jetzigen Stand an. Vom Pump-Beginn bis nach oben würde dann auch hier ungefähr das 0.786, äh, das Golden Pocket, das 0.618er bis 0.65er Fit Level liegen. Das heißt, hier unten wäre dann für mich gegebenenfalls der nächste Long-Einstieg möglich, um dann entweder einen Doppeltop zu bilden oder wirklich die 30.000 US-Dollar-Marke hier wirklich zu catchen. Das sind jetzt momentan mal so ein bisschen die Kursziele, die ich im Auge belasse. Trotzdem, wie gesagt, das soll jetzt auch so ein bisschen Warnung sein. Bitte verfallt jetzt nicht in FOMO. Denn wir kommen jetzt, wir lassen Ethereum jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster, weil ganz ehrlich, die Range gleiches Spiel wie bei Bitcoin. Wir haben noch kein höheres Hoch. Range bleibt 1 zu 1 gleich. Wir haben jegliche Widerstände rausgenommen. Also auch hier erst einmal abwarten und nicht in FOMO verfallen. Jetzt kommen wir aber zu XRP. XRP, normalerweise kennt ihr, es kommt zu jeden Freitag. Heute mal ein bisschen eher und zwar gehen wir da gleich mal auf den Daily-Time-Frame, weil das ist das, was momentan extrem bullish ist. Einerseits, wir haben jetzt diesen Downtrend von und zum Hoch vom Bullrun bei 1,94 Dollar, sagt man jetzt einfach mal, durchbrochen. Und zwar impulsiv mit sehr, sehr viel Volumen. Gleichzeitig haben wir hier so ein bisschen die Andeutung, wenn wir das jetzt mal so zeichnen dürfen, dass wir so ein riesiges Symmetrical Triangle haben. Das heißt, das Preissziel wäre grundsätzlich All-Time-High oder nicht All-Time-High, aber hier oben dieses Hocheben. So, wir haben Widerstände rausgenommen, wir formen übergeordnet. Das ist jetzt das Interessantere, einen riesigen doppelten Boden nach jetzigem Stand. So, wir haben Widerstände rausgenommen, wir haben mittlerweile auch ein höheres Hoch. Wenn wir hier auf Daily-Sicht noch über den Marken von 0,53 schließen, haben wir ein höheres Hoch. Das heißt, der Downtrend ist erst einmal durchbrochen und der Downtrend liegt genau hier eben auch, wo dann der Retest des Downtrends allgemein wäre. So, grundsätzlich mega bullish. Der nächste Widerstand, was ich aber auch schon gesagt habe, liegt aber erst hier oben bei den 0,60. Das könnten wir jetzt noch erreichen die nächsten Stunden. Oder dann hier oben bei den 0,68 US-Dollar Cent. Und hier oben diese Ineffizienz werde ich ganz, ganz genau im Blick behalten, weil das ist der Punkt. Wir haben ewig lange hier unten akkumuliert. Sieht jetzt nicht mehr ewig lange aus, aber wir haben ewig lange zwischen 0,40 und 0,30 US-Dollar Cent akkumuliert. Das heißt, wir haben hier ein Entry von 0,35 US-Dollar Cent mal grob überschlagen. Und ich habe gesagt, das müsst ihr nicht nachmachen, könnt es aber, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, ich werde hier oben ganz sicher bei den 0, also kurz vor dieser Ineffizienz hier oben, ganz safe meinen Einsatz rausziehen und dann lasse ich das Ding laufen. Von mir aus kann es dann Richtung 1 Dollar und ganz ehrlich, Leute, ich sage es euch, 1 Dollar sind nicht wirklich unwahrscheinlich. Ihr seht es hier oben, diese nächsten wirklich wichtigen Level, die befinden sich dann hier oben eben bei dieser 1 Dollar Marke und diese letzten Hochs. Also es ist nicht unwahrscheinlich, dass wir wirklich, auch aufgrund dieses riesigen doppelten Boden, was wir hier haben, das sind ungefähr 15 US-Dollar Cent, würde dann passen. Dann wären wir so bei den 70 hier oben, das wäre dann so mein erster Take Profit. Muss man wirklich aufpassen. Ne, warte mal, ich habe was Falsches gesagt. Warte, ich ziehe das nochmal und dann schauen wir uns das mal ganz kurz an. Machen hier mal vom Breakout-Punkt. Dann wären wir nämlich bei 1 Dollar. Also ich ziehe, wie gesagt, bei den 0,67, 0,68 meinen Einsatz raus und dann kann das Ding von mir aus entweder Richtung Mond schießen oder korrektieren. Ist mir völlig wurscht dann erst einmal. Das ist meine Strategie, aber es zieht momentan. Und das sage ich jetzt wirklich ernst, dass die 1 Dollar Marke möglich ist, sollte dieses bullische Umfeld weiterhin stattfinden. Korrektur nicht ausgeschlossen. Diese würde ich dann aber eher so in dem Bereich der 0,49 oder 0,45 einschätzen. Tiefer sollte es meines Erachtens nach erst einmal nicht gehen, wäre zumindest nicht bullisch. Aber die 1 Dollar ist auf jeden Fall im Reichweite und da werde ich vielleicht auch jetzt mal ein bisschen zum XRP Bull. Aber es sieht wirklich danach aus. Wollte ich euch nochmal ein bisschen näher erklären. Long, ganz ehrlich, lasst die Finger von. Hört auch auf, dieses Ding zu shorten, auch an dieser kleinen Daily Supply Zone. Es kann sein, dass es kurz funktioniert und das Ding dann wirklich hier oben nach oben brettert. Wir wissen nicht, was da Leute entweder im Hintergrund wissen, weil das Ding so pumpt, oder dass es reines FOMO-Getue. Davon will ich euch einfach jetzt mal ein bisschen warnen. Kriegt nicht zu viel FOMO. Freut euch, ganz ehrlich, wir haben hier unten monatelang akkumuliert. Ich habe dann sogar gesagt, ich höre auf zu akkumulieren, weil nichts passiert ist. Jetzt genießt es erstmal, nehmt von mir aus jetzt schon Profite oder auch erst da oben. Egal, aber verhaltet es bitte nicht in FOMO. Das wollte ich einfach nur nochmal ein bisschen gesagt haben, war jetzt ein bisschen ein anderes Update. Aber egal, wir können uns heute Abend dann nochmal ein bisschen näher zum Livestream natürlich um 19 Uhr die ganzen Altcoins angucken, die ihr wünscht. Also um 19 Uhr heute Abend wieder live, würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten würde ich sagen, halte ich euch in der Telegram-Gruppe auf den Laufenden. Das war es von meiner Seite, wir hören uns dann heute Abend wieder. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay crypto und XRP to the moon. Und wie immer, stay crypto und XRP to the moon.